Guten Morgen ihr Wahlberechtigten, herzlich willkommen auf meinem Kanal NullProBlama und herzlich willkommen zu meinem neuen Shop Video. Ja, Freunde, der Shop hat geupdatet und heute dürfen wir wieder mal wählen. Ich würde mal sagen, fangen wir gleich an. Ich will nur kurz an dieser Stelle einmal den Mr. Vogel danken. Ich danke dem Mr. Vogel, ich habe vergessen die ganze Zeit das Bild einzublenden. Hier einmal eingeblendet, er hat meinen Creator Code benutzt. Vielen, vielen lieben Dank Mr. Vogel für deinen Support. Gut, fangen wir hier ganz links an. W-dein Dings, bla bla bla, ok, weiter, 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 ok, gut. Und zwar haben wir hier einmal, gehen wir auf die Info, den Bush Ranger von der Waldgewalt, aus dem Waldgewaltzelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Skin sieht auf jeden Fall mal ganz, ganz anders aus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, das Kind sieht richtig lustig aus. Das Gesicht ist ursüß und ja, ansonsten hat Baumstämme als Beine und als Arme und hier mal sieht nichts anderes aus, so ein bisschen Grünzeugs. Als Rückenaccessoire trägt er so ein Bienennest, summende Tasche. Auf jeden Fall auch lustig, steht ihm auch ok, da fliegen Bienen herum, die rein und raus fliegen. Eine lustige Geschichte, also ich glaube, ich werde auf jeden Fall diesen Skin wählen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte auf jeden Fall meine Wahl bekommen, einfach nur weil er lustig aussieht. Dann haben wir hier die Vieh, die ich bin und ich muss ganz ehrlich sagen, der Skin sieht auf jeden Fall nice aus. Das, was mich ein bisschen an dem Skin stört, ist das, was hier im Knie, da trägt diesen Knieschutz. Der fällt ein bisschen auf und fällt ein bisschen aus dem Rahmen, gefällt mir ja weniger, aber ansonsten sieht er richtig fresh aus, gefällt mir. Auch die Haare sehen schön aus, die Pistole an der Seite am Halfter sieht auf jeden Fall cool aus, gefällt mir, kann ich mir gut vorstellen auch zum Spielen. Des Weiteren hat sie am Rücken auf den Rucksack, der auch eine Pistole dran hat, eine Handgranate und Munition. Ja, ist ok, ich bin jetzt ein bisschen überladen mit dem ganzen Zeugs da, aber ansonsten sieht der Skin richtig nice aus. Nichtsdestotrotz, glaube ich, werde ich den Bush Ranger nehmen. Schauen wir uns den dritten Skin an, Wellenreiter nennt er sich. Alle drei Skins kosten 1200 V-Bucks, dieser Wellenreiter sieht ein bisschen futuristischer aus. Ja, wahrscheinlich ist er so ein Taucher mit so einem Spezialhelmen, womit er unter Wasser atmen kann, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht, vielleicht auch ganz und gar nicht so. Er hat eine Seite Handgranaten, sieht auf jeden Fall cool aus, nicht so schlecht, hat am Bein und ein Messer, ja, kann man sich antun, aber ganz ehrlich, da gefällt mir der Bush Ranger irgendwie, weil er so dämlich aussieht, ein bisschen mehr und die Viehdieben sowieso, aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall den Bush Ranger nehmen. Könnte mir gerne reinschreiben, was ihr dazu sagt oder was ihr gewählt habt. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Gut, was haben wir hier weiter im Shop? Schauen wir uns das mal an. Gehen wir hier ganz links rüber. Aha, wir haben den Demogorgon drin. Ganz ehrlich, Leute, ich frage mich, warum das Kind da drin ist. Ich habe mir echt gedacht, das Kind wird seltener sein, weil er nur zum Thema passend irgendwie reingekommen ist, als Stranger Things losging. Jetzt ist Stranger Things schon lange nicht mehr am losgehen und das Kind ist wieder drin. Keine Ahnung, was es soll. Den Skin habe ich, dazu habe ich leider noch kein Gameplay gemacht. Könnt mir gerne reinschreiben, ob ihr wisst, warum dieser Skin wieder drin ist. Ich weiß es nicht wirklich. Genauso der Chief Hopper, genau das gleiche. Den Skin habe ich auch, leider habe ich auch kein Gameplay. Den Skin gibt es zwei Skins, wie ihr seht. Einmal mit dem Sheriff Hood und einmal ohne. Ja, keine große Sache, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Ja, weiter geht es hier mit der Lackierung Ranken, die nicht angezeigt wird. Warum? Okay, da wird es ja angezeigt. Die Lackierung Ranken ist eine der schlechtesten Lackierungen, würde ich sagen. Die fällt kaum auf, sieht gar nicht mehr so toll aus. Ist natürlich alles Geschmackssache, gefällt mir aber überhaupt nicht. Ja, genau. Weiter geht es hier zum, wie heißt der Sternenschlag? Gefällt mir auf jeden Fall, die Spitzhacke. Hört es hier richtig brutal an, ist auch gar nicht mal so schlecht vom Aussehen her. Der ist ja Nullpunkt, glaube ich, in der Mitte und der hält irgendwie die ganzen Teile der Arme schweben zusammen. Sieht auf jeden Fall nice aus. Weiter geht es zu dem Skin Unendlichkeit, der gefällt mir auch richtig gut. Und ich glaube, dazu habe ich ein Gameplay gedreht. Bitte schaut unten in die Videobeschreibung und oben rechts, falls ich ein Gameplay gemacht habe, werde ich euch den Link eingeblendet haben. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall gemacht. Der Rucksack, der sieht auch nicht so schlecht aus, aber auch jetzt nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich feiere den Skin, der sieht auf jeden Fall richtig gut aus. So ein bisschen Galaxy 2.0 mäßig, gefällt mir auf jeden Fall. Weiter geht es zu seiner Lackierung, ewiger Nullpunkt, also die feiere ich ohne Ende. Schaut bitte unten in die Beschreibung und oben rechts, da habe ich auf jeden Fall einen Link verpackt zu dem Gameplay, wo ich euch die Lackierung auf allen welchen Waffen und Fahrzeugen benutriere. Gefällt mir total gut. Ja. Weiter geht es zum Hängen, gleich der Zielsicher, warum er auch immer jetzt keinen Sound-Up spielt, ich weiß es nicht, ich glaube, der müsste hier irgendwie Aufklappgeräusche machen. Tut er nicht, bei mir sind die Sounds an, warum auch immer das jetzt nicht passiert, weiß ich nicht. Der Kleider gefällt mir eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiter geht es zum Überschalt-Set, das Set besteht aus vier verschiedenen Skins, einmal in dem schwarzen, was wir gerade gesehen haben, dann einmal das orangene hier, dann einmal dieses andere orange und bräunliche und dann komplett sowas ganz anderes, im Braun. Gefällt mir auf jeden Fall, aber der gefällt mir allermeisten. Ist natürlich alles Geschmackssache, sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus und ich muss ganz ehrlich sagen, super Angebot für 2000 V-Bots, bekommt ihr vier verschiedene Stile, mega, mega nice. Der Rucksack ist auch in Ordnung, das ist ein reaktiver Rucksack, da habt ihr Zahlen drauf, mit jedem Kill steigt die Zahl, auf jeden Fall eine nette Idee. Dann geht es hier weiter zum Verschulene Schwarz, gefällt mir auf jeden Fall. Die Lackierung, den Link habe ich unten verpackt, falls ihr euch für diese Lackierung interessiert, da geht es zum Gameplay, wo ich euch die Lackierung auf allen welchen Waffen und Fahrzeugen präsentiere. Auf jeden Fall eine sehr, sehr erste Lackierung, gefällt mir. Weiter geht es zur Luftkampf, Lackierung, dazu habe ich leider noch kein Gameplay gemacht, gefällt mir auch, aber jetzt nicht so sehr, wie das Verschulene Schwarz. Verschulene Schwarz gefällt mir, schon deutlich mehr. Kann man sich über auch handeln, das ist ein bisschen Camouflage, geht gut ab. Weiter geht es zur Spezialistin, die ist auch wieder dabei, kennt man ja mittlerweile 1200 V-Bots, geht schon vollkommen klar dafür. Okay, weiter geht es zur Roten Verteidigerin, die fahre ich ohne Ende, die gibt es in zwei Stilen, einmal hier ohne Mütze und einmal hier mit der Mütze, keine große Sache, aber ich finde es irgendwie mit der Mütze ein bisschen frecher. Ich glaube, ich würde es nicht so spielen, ist natürlich alles Geschmackssache. Gut, weiter geht es zur Disco Party, zum E-Mode, das kennt ja auch mittlerweile jeder. 800 V-Bots geht, glaube ich, schon klar dafür. Der Beat haut gut rein. Dann geht es weiter zur Musik Sachsen von Groove. Kennt man ja auch mittlerweile. Jo, gefällt mir auf jeden Fall. Weiter geht es zum E-Mode, los, los, los. Ja, ein E-Mode ist das, was wir nicht unbedingt brauchen, muss ich ganz ehrlich sagen. 200 V-Bots, ja, kann man sich hier auf jeden Fall sparen, würde ich mal sagen. Genau. Und zu guter Letzt haben wir das E-Mode-Pair geht ab. Kann man es hier antun, 500 V-Bots. Ja. Kann man es, wie gesagt, antun. Okay, Freunde, das war es mit dem Shop. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch einen schönen Tag, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.